Hallo liebe Leute, Willkommen bei TNN90 beim nächsten Shop-Video, ich hoffe es geschehen gut. Und ja, wie gesagt, Gegenstands-Shop-Video ist am Start, wir fangen an bei Elektro-Chuffle. Eigentlich kein schlechter Emote, aber irgendwie trotzdem nicht meins. Hier müsst ihr sehen, ob ihr euch gefällt, wenn ja, gönnt ihn euch. Nach und nach gibt's die Spitzhacke Geist, die eigentlich ziemlich nice ist, die klingt auch nice, aber ich hab wohl genug schöne Spitzhacke. Glaub ich nicht. Danach haben wir jucken uns später, denn wie gesagt, Leute, ihr wisst ja, für die Nose gönnt ihr halt nur ein bisschen anders aussehen. Das ist nie so meins, aber an sich, falls ihr euch gefällt, könnt ihr ihn gönnen. Scheiße ist ja nicht. Dann haben wir hier blendend. Äh, ja, finde ich vielleicht, ist 1200 vielleicht ein bisschen zu viel für 800 V-Box, wäre es eigentlich schon angenehm. Aber ja, müsst ihr wissen, das sind immer Leute, aber ich lasse auf jeden Fall die Finger davon weg. Danach sexy Schlicklage. Äh, müsst nicht so meins, Leute, aber ihr wisst ja, es gibt so viele Momente, wo das gut ist, weil wenn Leute auf euch schießen, könnt ihr euch hinlegen. Dann verdienen sie vielleicht einen kleinen Vorteil, deswegen. Gönnt ihr euch, falls ihr Bock habt. Sorry Leute, wie gesagt, also ich hab kein Problem, wie gesagt, hier wisst ja, ich bin topmöde. Also, und dann sind wieder die Valentinstagsskins da, zum 3 millionensten Mal. Ich verstehe, ich versuche noch, dass diese scheiß Skins kommen. Und wir haben hier den lieben Rager. Falls ihr euch ihn gönnen wollt, könnt ihr ihn euch nur wegen den Flügeln, weil die Flügeln passen halt zu vielen Skins, wie die dunklen Flügeln, die wir haben. Danach haben wir die Tattoo-Hacke. Keine schlechte Spitzhacke. Ich finde, die Spitzhacke sollte man sich kaufen, wenn man sich ein Valentinstagsset kauft. Danach haben wir die Kuschelbeauftragten. Ich würde ihn euch nicht kaufen, Leute, weil, wie gesagt, wenn ihr aimt, der große Kopf nimmt euch die ganze Sicht von der linken Seite. Deswegen seht ihr nichts, was links von euch passiert. Deswegen würde ich euch mal nicht leid mal die Finger davon lassen. Jetzt kommen wir zu den neuen Sachen, die es gibt. Nämlich für 800 V-Bucks. Ihr könnt hier jeweils einen Socksack bekommen. Und ich finde die Socksäcke gar nicht mal so schlecht. Meiner ist der Lieblings, der Vintage, glaube ich. Ja, der Vintage ist für mich der... Du bist der Socksack, also wenn ihr euch den Vintage geben wollt, gönnt ihn euch. Und, wie gesagt, falls euch ein anderer gefällt, gönnt euch. Erstmal was Neues, was Fortnite und Epic Games gemacht hat. Mal sehen, vielleicht geh ich mir später auch um den Socksack. Aber, das war's heute mit dem Gegenständischer Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben, falls ihr noch seid abonniert, aktiviert die Glocke. Und, äh, ja. Nächste Gegenständischer Videos, logischerweise, wieder morgen. Haut rein, Leute. Euer Italiano. Ciao, ciao.